Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute alle 6 Labymode Ostereier, die es auf der Seite versteckt gibt. Nummer 1 haben wir oder bzw. wir haben gleich 2 auf der Startseite und einmal müssen wir hier runter scrollen zum einzigartigen Aussehen. Und hier haben wir schon mal das erste bei den Dragon Wings, da haben wir dieses eine Osterei. Du hast deine Osterei gefunden, klack und dann tun wir hier nochmal ganz nach unten scrollen. Dann gehen wir hier zu den Partnern und hier gehen, genau hier sind die Partner und dann klickt man da einmal drauf und wir haben hier einen Fehler. Gut, hat gerade doch geklappt, hat gerade ein bisschen rumgepackt, aber damit hätten wir schon mal 2. Nummer 3 haben wir bei den Downloads und das ist die Version die 56, genau hier haben wir das dritte, da klicken wir einmal drauf und dann haben wir das auch schon. Dann müssen wir zum Block hier oben gehen und da sollte hier rechts eins erscheinen, genau. Backt vielleicht etwas rum, aber jetzt ist es auch erschienen. Dann gehen wir hier oben auf den Support und hier haben wir die Labymode Ostereiersuche. Du hast dein Osterei gefunden, heb es auf, das sollte hier eigentlich auch angezeigt werden. Jetzt hat es geladen, perfekt, unbekannter Fehler, ja sehr gut. Ah, jetzt hat es funktioniert, perfekt, es spackt hier gerade bei mir ein bisschen rum. Und das letzte Osterei ist hier bei der Geschichte von Labymode. Da müssen wir einmal nach ganz unten scrollen und da haben wir hier auch das sechste Labymode Osterei. Und hier haben wir 6 von 6 Eiern, erhalte dein Geschenk. Mal sehen, was ich jetzt bekomme. Du gewinnst Sneaker einen Monat. Ja, okay. Boah, ich zwar nicht, aber trotzdem gratis Geschenk. Wenn euch das Video geholfen hat, gerne einen Like da lassen. Ansonsten abonnieren, Glock aktivieren, denn Dienstag gibt es hier 17 Uhr ein neues Video. Ansonsten wünsche ich euch noch frohe Ostern, haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.